Ich bin Marcel Kolb, ich bin eigentlich hier gelandet, weil ich meine ganze Jugend hier verbracht habe. Ich war zuerst Helfer, dann kam ich ins DJ-Team und auch Konzertveranstaltungen, also Konzertverantwortlichen. Ich kann mich an einen der Höhepunkte der Konzerte erinnern, das war Steve Marriott mit Packet of Three. Und er hat am Schluss länger in der Garderobe gesungen und gemacht. Und da bin ich dabei gesehen, als das Konzert eigentlich war.